Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA 5 Online mit mir dem Sally Will und natürlich auch mit dem BlackDragonLP. Zufällig. Zufällig, war gar nicht abgesprochen. Nö. Ich dachte ja, will ich auch mit mir spielen und dann macht er so ne Scheiße her. So ist es nun mal. Und wir spielen Schlitzer Part 4. Wo ich wahrscheinlich wieder der Schlitzer bin. Der böse Schlitzer. Und BlackDragon sein Stecher. Oh ja, so kannst du bleiben, so sehe ich viel an. Nein. Alter, wie sieht's denn du aus? Wie so ein Schlitzer halt. Ach nö. Komm, ich mach wieder hier den blöden Kürbis. Der sieht so böse aus. Sag ich mal fast als Bestie aus. Bestie war ich jetzt noch nie. Ich bin geil als Bestie. Alter, du siehst ja jetzt gar nichts hier drin. Ohne Scheiß. Ohne die Taschenlampe siehst du überhaupt nichts. Ja, ich hab's gemerkt. Selbst ich als Schlitzer sehe hier gar nichts. Ah, wir sind in Human Labs. Hallo. Oh, ich hab's. Oh, das ist aber jetzt richtig gemeint. Du siehst ja dann, wann ich komme. Und dann kannst du dann noch schnell weglaufen. Hm, wo bist denn du? Ey, da sieht man echt nichts, wenn die Lampe aus ist. Unglaublich. Sehen wir. Immer ein halben Blindfluch. So, wo hat er sich versteckt? Guck mal hier rein. Hier komme ich nicht rein. Super. Mann, wo bist denn du? So, wo sind die Taschenlampe? Ich kann hier mit Taschenlampe. Ja, doch jetzt wäre ich naja. Ich hab die jetzt verkackt. Ich bin nicht mehr weg. Nein. Oh, ja. Puh. Oh, scheiße, das Heck. Maske ist sexy. Deine. Ja. Alter, du bist mir schon mal entgegengelaufen. Echt? Wir sind, wir haben uns schon gesehen. Ich dachte mir, ey, ich bin schon durch deine Lampe durch. Hab ich gar nicht gesehen. Ich hab deine Lampe mehrfach schon gesehen gehabt. Deswegen bin ich da, bin ich wieder zurückgelatscht. Krass. Alter, der hat mich doch bestimmt schon wieder gesehen. Das ist wohl der zweite Fall, dass du mich nicht gesehen hast. Jetzt siehst du mal, wie dumm ich bin. Bin. Wie man hier einfach nichts sieht. Eiskalt, Digga. Jetzt suche ich dich wieder. Ich werde kommen. Übel schwer, sich zu verstecken. Hier, ja. Jedes übel, Mini. Ich weiß, du siehst einfach gar nichts. Ich werde kommen und dich finden. Ja, wahrscheinlich. Hä, wo bin ich jetzt? Ich weiß, wo ich bin. Du bist bestimmt irgendwo hier. Nein. Nein. Ich bin in Humane Labs, das weiß ich. Verbleibende Zeit, bevor du wegen Untätigkeit rausgeworfen wirst. Alter, deine Mutter. Du sollst dich verstecken und dann wird man wegen Untätigkeit rausgeschmissen. Ist klar. Ich kann dich einfach nicht finden. Ja, aber er vibriert auch nicht. Ich bin hier extrem weit weg von dir. Und ja, ich habe im Gefühl, dass ich gerade irgendwie im Kreis laufe. Ich weiß, wie man beim Raubüberfall da durchlatscht. Aber sonst. Ja, das weiß ich auch. Aber sonst kenne ich mich hier auch nicht aus. Gut, dass wir das machen, da kriege ich ein bisschen Geld. Ja. 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 Du hast dich vielleicht da versteckt, wo du vorhin warst. Da hinten ist er nicht. Ich weiß, die Türen, die gehen automatisch hier elektrisch auf, aber kein Licht. Geil. Ja und bei dem Countdown, Alter, macht es nicht besser. Ja. Toll, jetzt werde ich geirgt. Super. Unfair. Oh. Ich hab dir zwei Dinger reingeballert, Alter. Oh. Wie scheiße ist das Spiel, Mann. Ich drück dir zweimal mit dem Pumpkin rein, du verreckst dich, aber ey. Ist schon klar. Was für ein Glück. Ich hab gerade nur so im Augenwinkel da das Licht gesehen von dir. Boah. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, wisst ihr Bescheid und schaut auch beim Black Dragon vorbei. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein und ciao, ciao.